Ein Smart ist hier zum Verkauf angeboten. Zwei Personen haben in dem weißen Zweitürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 54.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Das Cabrio bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Sitzheizung, elektrische Seitenspiegel, ABS, ESP und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 71 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,4 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017